Das ist wahrscheinlich das letzte Lied für die heutige Sendung, oder? Das ist super. Michael Jackson ist einfach super. Und Billie Jean ist eines der besten Michael-Jackson-Lieder, die ich finde. Was sagt die Regie? Die Regie wird das gleiche, oder? Sonst wird's ja nicht kommen. Da ist jemand. Hallo. Ihre Lösung bitte. Kühlhaus. Kühlhaus? Habe ich es richtig verstanden? Ja. Ist leider nicht richtig, liebe Zuschauer. Die Sendung ist eigentlich gleich vorbei, oder? Also bei mir ist es drei Minuten vor vier. Vielleicht schafft es noch jemand in die Sendung. Ich würde jetzt gerne den Moonwalk machen, weil den kann ich nicht so ganz. Den Moonwalk. Das lassen wir lieber. Das wäre die Gewinnermusik. Die möchte ich jetzt noch hören. Jetzt bin ich gespannt. Wer holt sich vielleicht noch 13.000 Euro? Ich meine, jetzt müssen wir eigentlich hier gleich Schluss machen. Ihr müsst das ja noch auflösen, wenn jetzt hier keiner von Ihnen löst. Vielleicht ein, zwei Kandidaten, oder? Wer kann es noch in die Sendung schaffen? Habe ich jetzt noch einen Gewinner am Abschluss? Ich hoffe es ja. Wahrscheinlich sind Sie mein letzter Kandidat. Ich habe kaum eine Wendezeit. Ich hoffe es. Lichthaus. Das Lichthaus? Ja. Nein, ich muss es nicht, aber ich muss es auflösen. Während wir der wunderbaren Musik von Michael Jackson, Billie Jean hier noch lauschen, gucken wir mal, was ist gewesen, wer liebe Zuschauer, da ist die Sendung gleich vorbei. Ich gucke mal. Auf der drei wäre gewesen das Bundesmedienhaus. Dann hätten wir gehabt, auf der Position 4, das Dorfschulhaus. Dann hätten wir auf der Position 5 gehabt, das Bettenhochhaus. Ich habe Parkhochhaus zum Beispiel gehört. Fände ich es doch schon recht nahe dran. Auf der 6 haben wir das Bruchsteinhaus gehabt. So, und dann gucken wir mal in die letzten vier noch. Bisschen hören wir noch Michael Jackson und Billie Jean. Das Autobahnrasthaus. Ich werfe nichts auf dem Boden. Ich mache keinen Saustein hier zum Ende. Auf der 8 hätten wir gehabt, das Bahnhofsparkhaus. Und auf Position 1 und 2 wären heute gewesen das Sportkrankenhaus. Und hier auf der Position 2, das Bruderschaftshaus. Liebe Zuschauer, ein paar Sekündchen haben wir noch. Bisschen hören wir noch Michael Jackson mit Billie Jean. Vielleicht tanzen Sie noch ein bisschen vom Fernseher. Vielleicht gehen Sie aber jetzt auch schlafen, dann kann ich es verstehen. Vielen Dank, dass Sie heute bei Money Express unsere Mitspieler waren. Und am heutigen Samstag gibt es natürlich um Mitternacht eine neue Ausgabe. Ich sage an dieser Stelle, schlafen Sie gut. Fussi und bis bald.